Guten Morgen wünsche ich, einen wunderschönen guten Morgen, Bundespräsident ist da. Etche Petsche Luftballon. Hallihallo, wer sitzt am Klo? Der Guckuck mit dem Holzpupo. Guten Morgen, danke. Bitte. Ja, gehen wir. Guten Morgen liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, liebe Tschuschen, Neger und sonstiges Gesindel. Guten Morgen Margit. Guten Morgen Hansi. Küss die Hand Margit, ich bin dein Gatte. Danke Margit. Margit, weißt du übrigens, dass man das Händeküssen erfunden hat in Zeiten extremen Serviettenmangels? Humor braucht der Mensch. Bitte gehen wir. Margit, was macht man denn? Oh, ist es laut. Guten Morgen, bitte seien Sie ein bisschen leiser. Danke. Was machen wir denn an diesem schönen Tag? Ich würde so gerne ein Eis essen, Heinz. Das ist eine gute Idee, ein Eislutschka. Magst du einen Eislutschka haben, Margit? Gerne. Ja, warum nicht? Essen wir einen Eislutschka. Du Margit, da fällt mir ein, wie heißen die drei Eisheligen? Puh. Der Eskimo, der Möwenpick und der Schöller. Bitte, kommen Sie nur weiter, bitte gnädige Frau. Kommen Sie nur weiter, bitte. Danke. Guten Morgen wünsche ich. Morgen. Danke. Auch eine fische Frau. Wie die Margit hat sie ausgeschaut. Jetzt gehen wir einen Eislutschka essen. Ja, ein Eislutschka, weil ich sage immer, lieber ein Eis am Stiel, als ein Dreck am Stecken, nicht? Könnten sich die Telekom-Mitarbeiter auch hinter die Ohren schreiben. Guten Morgen, danke. Bundespräsident ist da und seine Gattin. Bajana. Margit, was möchtest du denn haben? Ich nehme das gleiche Eis wie du, ich lasse mich überraschen. Ja, bitte, ich bin als demokratisch gewählter Bundespräsident hier von Österreich natürlich verpflichtet, alle Eissorten im Starnitzel aufzunehmen. Nein, da darf man keine Ausnahme machen. Da muss man tolerant sein. Lieber Eisbär, würden Sie uns machen Vanilleschokolade, Haselnuss, Fioccio, Malaka, Kokos, Kaffee, Bistar, Zizrakatella, Marille, Apfel, Zitron, Orange, Banane und den Jutschert. Bitte, wenn Sie zwei große Starnitzel für uns machen würden, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Als Staatsoberhaupt von Österreich, danke. Das dauert mir zu lange, ich nehme Platz. Bitte, gerne, Margit, der Herr Eisschef wird uns das schon herrechnen. Melone, Zitrone, Cevap, Cici, danke. Margit, so. Oh, oje. Jetzt ist mir dein Slider runtergefallen, Margit, das tut mir leid. Zum Glück. Ich gebe dir's כwiek, genau. Okay. Das ist ein ZitatGE. Ihr ist von schwe mãe, por ver whether ich unterwerze. Ich sehe mich, aber bei mir den beleza簡 bakerien aufgewacksamuggt. Ich sehe mich. Tünn. Ich sehe mich. Untertitelung des ZDF, 2020